Ja, ich weiß, gehen wir jetzt nicht am Sack. Oh, 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 was ist denn ein Mehrzweckraum? Krieg ich da dann? Da muss ich nochmal runter. Und runter mit mir. Mehrzweckraum. What the fuck, was könnte denn das sein? Seemotenfragment. Ah, fuck dich. Da will ich doch gerade was schwimmen sehen. Freunde. Macht mich nicht traurig. Das könnte jetzt wieder eine enge Geschichte werden. Mehrzweckraum freigeschaltet. Oh, 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 kommt sie nach oben. Wow. So, was könnte das jetzt sein, der Mehrzweckraum? Puh, da brauche ich auch wieder, da brauche ich anderes Gerät, um da unten rum zu lümmeln. Das schauen wir mit meinem normalen Equipment nicht. Aber wir können jetzt die Batterie, aber wir können jetzt die Batterie leer dudeln. Unsere Batterie kann dann nämlich gleich aufgeladen werden. Und jetzt bin ich gespannt, was der Mehrzweckraum ist. Kann man dann mehrere Sachen gleichzeitig machen. Mehrzweckraum. Mehrzweckraum. Okay, das hat es wieder leicht versetzt. Jetzt schauen wir mal. Mehrzweckraum. Gut, da ist es schon mal nicht. Was sagt denn der jetzt noch dazu? Bitte, die Fahrzeuge. Oh, da haben wir was vergeschaltet. Kalt, da sind die Fahrzeuge. Sägleiter, nö, immer noch nicht. Oh Gott, dann holen wir mal das Bautool und schauen uns an. Vielleicht ist es da was drin. Oh, ich bin so nervös. So nervös. Ich nehme mal wieder einen Schluck drauf. Prost, gell? Ah, ist sogar noch lauwarm. Ah, geil. Ich liebe lauwarm. Hat er die automatisch ausgepackt? Nee. Ah, sehr gut. Und das macht er wenigstens. Intelligent. Das finde ich gut. Ha. So, mein Freund. Wo bist du? Da bist du. Und du kommst mir gleich in die vier. Das passt. Verschiedenes Labor-Schalter. Muss man das verstehen, ne? Nö. Äh. Nee. 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 Oh, 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 oh! Genau. Sex Titan. Ha, 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 ha! Was ist das? Show me! Alter, dass man den nur da unten findet, wollte er mich verarschen. Aber da gut. Oh, mein Gott. Ja, 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 ja. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Da baue ich... Ja, 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 für der, 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 der kriegt sogar eine Plattform, Freunde. Der kriegt sogar ein verf Buddy. kann man auch nicht drehen, ok ja oder wulsch, der kommt da her so, da haben wir jetzt ein bisschen und dann nehmen wir dann hier ein bisschen Rohmaterial mit ah, ich bin gerade so aufgeregt, ich bin gerade so aufgeregt mitnehmen, scannen da haben wir noch aufgehoben ja, ja, ja gib mir, nein, nicht Kupfer ich will, Tit an, ah, da haben wir noch Tit an mal ein bisschen See, Meeresmusik Meeresmusik, Seemannsmusik oh, Freunde ich glaube, das ist der Fieberwahn so, komm, 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 schwimm schneller mach ihn jetzt, ihr ah, das gefällt mir mache ich, mach ihn, wir haben keine Zeit bau, 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 bau üures trotzdem noch eine Plattform drunter. Einfach weil es geiler ausschaut, so kommen wir her. So. Brauchen wir noch Titan? Da! Geh mir! Ich bin so gespannt. Ich war da noch nicht drin. Aber gleich. Gleich bin ich da drin. Komm, fertig. Alter, willst du mir jetzt verarschen? Fundament steht zwei Titan und du brauchst jetzt drei. Okay. Nicht den Ernst. Nicht den Ernst. Tauchen wir mal auf. Weil dann baue ich nämlich als allererstes, als allererstes das Aquarium. Aquarius. Fertig. Komm, rein, 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 rein. Wow. Ja! Ja! Strike! So. Syp, 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 aquarium, aquarium. Vier Glas, vier Titan. Äh, vier Glas, zwei Titan. Das Glas habe ich hoffentlich jetzt alles hier reingepackt. Eins, zwei, ein Titan. Haben wir nur zwei Glas. Gut. Das müssen wir schon noch zusammenkriegen. Sehr schön. Kristall. Das gefällt mir, dass du noch da direkt vor Ort bist. Und dass du da vor Ort bist. Wir haben zwei Glas. Wir haben mit dem jetzt drei Glas. Was? Habe ich dich da eigentlich schon gescannt? Habe ich alles. Was? Habe ich alles schon. Gut. Und jetzt brauche ich noch einen. Oh, das hört man bis hier hin. Ja, kein Kristall mehr. Ne, komm. Ein Kristall hast du da drauf. Blaupol haben wir schon. Da, 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 da. So, dann gehen wir ab zu unserer Crafting Station. Die wird dann übrigens, das wird dann das nächste, was ich da baue. Obwohl, es ist so viel, was ich jetzt alles gleichzeitig bauen müsste. Aber, es wäre schon einfacher, wenn ich, ähm, die Crafting Station da drüben hin haue. Das ist mein einfacher Grund. Da muss ich nicht immer hin und her schwimmen. Also sollte das nach dem Aquarium die Priorität eins sein. So, Glas. Dann sollten wir vielleicht hier auch dann schon mal Zeug mitnehmen. So viel wie geht. Und wieder rüber. Schön, 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 schön. Dann wäre ja aber jetzt dann hier flächenmäßig erstmal nichts mehr erweitern, weil ich will dann eventuell die Basis, die richtige, richtige Basis irgendwo anders hinsetzen. Jaah! Jaaa! Jaaa! Bixi, 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 bixi. Ja... Kann ich die jetzt da reinsetzen? Ich weiß ja leider nicht, wie das Aquarium funktioniert, aber testen wir mal. Ja, da haben wir nicht zu. Ja, dich wollen wir nicht. Klop, klop, klop. Alter. Dich wollen wir. Oh, ihr Wichser. Ihr Schwanzlurche hier. Komm her jetzt. Komm her! Pack halt das Messer weg, dann schwimmst du schneller. Einen noch mal. Zweiten noch mal. Den wollen wir noch. Ne, 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 ne. Ich bin jetzt gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das war ja zu grünlich, aber klar haben wir mir nicht zu. Ich glaube, den könnt ihr eine ganze Woche zuschauen, okay die Energie steigt. Schauen wir mal, was hat denn ganz wenig Energie? Ich denke es hat 0, aber das hat ein... das hat ein... das da... 100% Na ja, jetzt skrabbeln wir jetzt mal Wasser raus. 100% jawohl. 100% jawohl. Ist drin. Ist drin. Laden wir die noch mehr auch gleich voll. 99% jawohl. Komm. 100%. Ah, ist das perfekt. Also gerade feiere ich das. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das ins Aquarium packen soll. Ich bin noch unschlüssig. Okay, das Ding ist voll. Schauen wir mal, was passiert. Okay, das geht nicht. Bin gespannt, was dann passiert, ob das mehr werden. Und wie es weiter geht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Subnautica. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben, Tipps und Tricks wie immer in die Kommentare und ehrlich gemeinte Abos sind bei mir auch gern gesehen. In diesem Sinn, einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht, haut da rein. Tschüssi. Das ist sehr glücklich. Vielen Dank.